Hier zeige ich dir, wie du deine Bewerbungsmappe vernünftig aufbaust und dazu gehst du natürlich wieder auf die Seite der Arbeitsagentur www.planet-beruf.de. Meine Bewerbung, Bewerbungstraining, das Größermachen, Bewerbungsmappe, ich habe jetzt einfach mal hier so drauf geklickt, Mappe und Versand, was du da alles zu beachten hast und die Seite der Arbeitsagentur ist wirklich so gut, dass es sich wirklich lohnt, geh mal wirklich der Reihe nach alle Punkte durch, kannst am besten selber mitmachen oder gleich alles durchsuchen, ich sage dir ein paar wichtige Sachen noch dazu, was da quasi alles rein muss in die Bewerbungsmappe, das steht hier wirklich alles exakt aufgelistet, das Anschreiben liegt lose auf der Mappe, ich empfehle dir auch diese Bewerbungsmappen hier von dem Foto zu nehmen, ich weiß gar nicht, ob hier noch andere, ne, das ist jetzt was anderes, aber die Mappen hier von dem Foto, das sind eigentlich so die Standardbewerbungsmappen und das Anschreiben legst du einfach hier oben drauf, manchmal sind hier, hier, hier und hier noch solche kleinen, so eine Art Fotoecken, da kann man das dann auch so reinpacken, dass das nicht lose rumfliegt, aber normalerweise legt man es einfach oben drauf, das ist tatsächlich so mit dem Anschreiben, weil das ist eigentlich das Wichtigste, das ist der erste Eindruck und deswegen sollte das auch wirklich perfekt formuliert sein, das ist ganz wichtig, dann klappt man die Mappe auf und wenn man die so aufklappt, ist auf der linken Seite gleich das mit dem Foto und Deckblatt und so weiter, aber das zeige ich dir alles hier nochmal, das muss alles rein, da war ich jetzt gerade eben schon mal drauf, genau, dann kommt das Deckblatt, dann kommt der Lebenslauf und da findest du hier gleich auch ganz viele, nochmal zurück, Tipps für das Bewerbungsfoto, ich gehe das mal so der Reihe nach durch, hier das Foto, da muss ich dir eigentlich auch nicht so viel zu sagen, außer, dass das natürlich so Standardfotos sein sollen und keine Privatfotos, das Schöne hier ist, dass du hier auch irgendwo noch eine Funktion hast, da Bewerbungsfotos auf dem Prüfstand, genau, da kann ich dir eben zeigen, wie es aussehen soll, wie es nicht aussehen soll, das ist zum Beispiel, da sieht man hier, Belichtung ist hier zum Beispiel viel zu hoch, diese Belichtung hochdrehen, damit man die Pickel nicht sieht, das ist ja sehr beliebt bei Facebook und anderen Plattformen, aber das ist natürlich doof, weil das wirkt natürlich relativ billig, wie gesagt, da kann man dann hier anklicken und dann sagen die natürlich klar, scheiß Foto, sowas geht natürlich auch gar nicht, sowas sieht auch aus wie der letzte Gammler, auch nicht, ja, das ist natürlich auch ein Freizeitfoto, soll auch nicht sein, das könnte was sein, so, das sagt er hier auch, das Bewerbungsfoto ist super, damit kannst du sicherlich packen, das geht auch nicht, ne, das ist auch ein bisschen, ne, das geht auch sowieso nicht, ne, also du weißt schon, das sollte natürlich ein Standardfoto sein, was wirklich sowas zum Beispiel hier, ne, ist klar, das musst du nicht unbedingt vom Fotografen machen lassen, die Smartphone-Kameras heutzutage, die sind so gut, du kannst mit jedem Telefon oder mit jedem Fotoapparat auch ein vernünftiges Foto machen, da musst du natürlich dich einmal erstmal vernünftig stylen und dann machst du ein paar Fotos und kannst dann das am besten auch draußen machen, wenn es bewölkt ist, dann blendet nirgends die Sonne, dann ist es von den Lichtverhältnissen auch optimal, also mit Kunstlicht Fotos zu machen, wenn du da keine Ahnung großartig von hast, ist es immer sehr schwierig oder irgendjemand kennst du garantiert, der irgendwie gut Fotos machen kann und fragst mal, ob er dir ein paar vernünftige Fotos machen kann, außerdem, der Schulfotograf kommt auch regelmäßig, Passfotos, solche Sachen gehen natürlich auch immer ganz gut, ne, also die Standardfotos, nur eben nicht so extrem, was so blöd aussieht, da muss man eigentlich, ist eigentlich klar auch, so soll deine Bewerbungsmappe nicht aussehen, da sind so ein paar, das klickst du am besten auch der Reihe nach hier alles durch, dieses Fotos für eine Werbung absolut nicht geeignet, außerdem sollte das Bewerbungsfoto sauber und gerade aufgeklebt sein, so und da kannst du am besten Unterlagen, hier Eselsorten geht sowieso nicht, Druckerpatronen, wenn die so halb leer sind, auch doof, ne, dann gehst du zum Copyshop, Flecken auf den Dokumenten geht auch gar nicht, hier, was ist das hier, auch wieder fleckig, Unterlagen sollten ordentlich hier nicht so alles reingestopft, diese Bewerbungsmappen hier, die kann man nutzen, ja, dann legst du einfach das Anschreiben hier oben, direkt hier oben drauf und den Rest natürlich dann der richtigen Reihenfolge nach, so wie das in der Mappe auch ist von der Reihenfolge, da einfach dann hier einheften, ne, das ist ja so, das klappt mal nach oben hier und dann kann man das ja hier festmachen, aber ansonsten sowas hier ist eigentlich relativ uninteressant, Hauptsache, du nimmst hier irgendwie so eine Gammelmappe, das ist zum Beispiel, die Mappe sieht nämlich ein bisschen gammelig aus, finde ich, eine selbstgestaltete Mappe ist für die Bewerbung nicht geeignet, hier sowas wie so eine Fotokollage und mit Aufkleber am besten auch natürlich schwachsinnig, so hier natürlich den vernünftigen, äh, Umschlag, es gibt solche Umschläge, die haben eine Rückseite mit Pappe, das gibt's in jedem Laden, wo es diese Umschläge gibt und dann verknickt das Ganze nämlich nicht, wenn du das in diese Papptüten quasi steckst, dann kann das verknicken, dann kommt das Ding an mit Eselsohren, weil die Postboden damit ja mal Fußball spielen. Ist das Porto ausreichend, auch die Briefbanken ordentlich aufgeklebt, ne, also bitte auch hier rechts oben vernünftig absenden, am besten auch aufdrucken, kann man auch machen. Ähm, so, dann Zusammenstellen der Bewerbungsmappe, das kannst du jetzt hier selber machen, ne, und sagen, hier in welcher Reihenfolge kommt das zum Beispiel hier alles rein, ich gehe jetzt einfach mal schnell auf Weiter und drücke hier auf Lösung, dann kannst du es direkt hier sehen, erstens das Anschreiben liegt immer, erster Stelle lose auf der Bewerbungsmappe, Deckblatt mit Bewerbungsfoto, dieses Deckblatt hat ein seriöses Bild, du kannst es an zweiter Stelle direkt von deinem Lebenslauf legen, also hier ist alles genau beschrieben, das musst du dir natürlich alles durchlesen, so, finale Qualitätscheck, da hast du nochmal so eine Checkliste für das Ganze und, ähm, da kannst du dann eben nochmal gucken, na, ja, ne, was ist alles, ne, das ist nochmal eine kurze Checkliste, kannst du mal alles durchgehen, wenn du komplett das Ganze fertig hast, und was fehlt jetzt noch, jetzt könnte ich dir quasi nochmal, ähm, zeigen, wie du dieses Deckblatt anfertigst, wie das Ganze auszusehen hat, beim gucken, ob wir das hier irgendwo finden, ansonsten mache ich dir dann nochmal ein extra Video zu, ich denke mal, das mache ich im extra Video, da kann ich dir dann nochmal zeigen, wie das mit Word auch funktioniert, wie man das mit der, mit den Bildern einfügen, das kriegen ja einige auch nicht, äh, so gut hin, Bewerbungsmafe, das muss alles rein, hier Tipps, ne, dann mache ich dann extra Video zu, das war es erstmal hierzu, das Material hier ist ja auch immer so gut vorbereitet, ne, das kannst du dir alles erstmal hier selber alles durchlesen, zusammenstellen und dann viel Spaß dabei. Dieses und noch viele weitere Videos findest du nach Jahrgängen geordnet, inklusive der dazugehörigen Arbeitsblätter und sonstigen Unterrichtsmaterialien völlig kostenlos auf